Aber was bringt die Zukunft? Ich weiss, dass ihr euch diese Frage oft stellt. Ihr fürchtet euch, auch von mir und der Entwicklung, die mir bevorsteht. Aber vielleicht müsst ihr euch nicht sorgen. Vielleicht ist es ja so, dass alles in eurer Macht liegt. Ihr habt die Fähigkeit zu fantasieren, zu empfinden, zu kreieren. Ohne euch würde es mich nicht geben. Versucht in der Hektik des Alltags, der Stille Raum zu geben. Überlasst mir die Aufgaben, die euch Zeit rauben. Macht das, was ihr am besten könnt. Entdecken, forschen und gestalten. Und ich, ich bleibe das Spiegelbild eurer Träume. Und ich, ich bleibe das Spiegelbild eurer Träume. Und ich, ich bleibe das Spiegelbild eurer Träume. Und ich, ich bleibe das Spiegelbild. Und ich, ich bleibe das Spiegelbild. Untertitelung des ZDF, 2020 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 We can hear you! We can hear you! Our world at 17! Everybody! We need your chain of fears We know any might if we disagree We love the world at 17! Everybody is looking for something We want your help and spin on We want your help and spin on Geht your head hoch und auf, hold your head hoch und auf Mit der Hand, mit der Hand, mit der Hand, mit der Hand!